Ich begrüße euch total herzlich. Hier ist euer Medienkanzler. Ich war gerade in Berlin hier als Ausrichter. Ich habe da irgendetwas verkehrt rum hängen hier. Ausrichter. Spielfilm. Ausrichter. Berlin. Ja, ist euer Medienkanzler. Ist nun mal Filmemacher und gehört nun mal dazu. Trägt da dann sowas da, um da reinzukommen. Bund Deutscher Filmemacher. Im Bund Deutscher Filmemacher. Ja, hängen wir mal wieder auf, hängen wir mal wieder weg. Ja, ich begrüße euch total und recht herzlich jetzt hier in unserem Studio in dieser Star Wars Lounge und bin aber trotzdem euer Medienkanzler heute. Ich habe jetzt nicht eine andere Ecke ausgesucht, um mal politisch zu werden, weil heute Berlin 2 Grad Minus. Es war sehr kalt. Heute wurde Herr Steinmeier bestätigt. Er wurde nicht gewählt. Er wurde bestätigt. Was anderes war es nicht. Wenn man sich das Ganze angehört hat, nicht nur am roten Teppich. Ich habe jetzt nichts mitgebracht, weil ich war sozusagen ein bisschen privat da, auch arbeitstechnisch und hatte jetzt auch keine Lust, da irgendwas zu filmen. An sich hatte ich auch gar keine Lust, politisch zu werden. Ich hatte jetzt auch keine Lust, aber wie ihr gesehen, ganz frisch die Seite bei Facebook eröffnet der Medienkanzler. Der Medienkanzler wird die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit mal raushauen. Man ist irritiert, wenn man halt die Macht erlebt und wenn man sie sprechen hört. Der eine spricht was von einem Reichstag. Ja, Reichstag, das erinnert mich dann doch an Drittes Reich, Hitler und Co. Der andere spricht dann von einem Bundestag, der erinnert mich dann an die Bundesrepublik Deutsche. Also es ist eine merkwürdige Sprache. Also Reichstag, dann Reichsbürger. Aber damit hatte ich Gott sei Dank nichts zu tun. Darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Also ich habe mir das heute mal an, Steinmeier. Steinmeier ist halt, wie gesagt, Thema gewesen, ist klar, aber der ist nur bestätigt worden. Also der ist nicht gewählt worden, der ist bestätigt worden. Wer sich da natürlich gefreut hat, das waren die Linken, weil die Linken wollten so circa 100 Stimmen haben. Ich finde es toll und deswegen mache ich auch dieses Video. Es geht um Armut. Es geht wirklich um Armut. Wir haben eine Spaltung in diesem, das ist auch so merkwürdig, also wir haben kein Land. Wir nennen uns Deutschland. Vor 1100 Jahren, das war ein Dicker in Rom, auch so ein Karl, der Große, deutscher Kanzler oder Kaiser geworden. Ja, göttliche Gnaden und so. Also 1100 Jahre ist das her, wo man Deutsch sprach oder Deutsch, Land, so ein bisschen der Römisches Reich und die Sprache dessen, wisst ihr alles, wie gesprochen wurde. Wir bleiben jetzt aber jetzt mal hier beim Jahr 2017. Das Jahr 2017 ist ein Wahljahr und Frau Hannelore Kraft war zufälligerweise auch in Berlin und Frau Hannelore Kraft gehört ja nochmal hier zum Nordrhein-Westfalen und euer der Medienkanzler mag Frau Hannelore Kraft seit über 30 Jahren Kundin gewesen, die Frau Hannelore Kraft und deswegen kannte man sich und man hat auch im neuartigen technischen Bunda des Internets auch mit lange gearbeitet, Seven Load und so weiter. Diesmal, damit ihr überhaupt wisst, warum der Medienkanzler, der Medienkanzler ist 100% neutral, er mag keine Politik, er mag auch keine Parteien, er nimmt auch keine parteilichen Züge an, ihm ist jegliche Parteigemauschel sowas von egal. Euer Medienkanzler geht halt auf die Politik zu, kann aber nur hier in Nordrhein-Westfalen mit Frau Hannelore Kraft zur Zeit, im Mai sieht es sicherlich anders aus, sprechen. So, weil er ist die Chefin, das ist die Mama hier, die Mama Nordrhein-Westfalen ist Frau Hannelore Kraft, sonst niemand. So in Berlin, so Kanarienvogel da in Gelb, rannte da rum, auch viele in Rot, Frau Hannelore Kraft natürlich in Blau, ihr glaubt es kaum, die hatte wieder Blau an, fast schon Karstadt Blau, aber Karstadt war blauer, also dunkelblau. Worauf will ich hinaus? Politik Steinmeier. So, Herr Steinmeier ist nicht gewählt worden, Herr Steinmeier ist bestätigt worden mit 931 Stimmen, 931 Stimmen bestätigt worden. Die Linke hat sich gefreut, dass sie über 100, 138 für einen Wissenschaftler, Armutswissenschaftler, naja, der untersucht Armut, finde ich gut, ist okay. Der Herr Holt hat nur 25 und 10 hat die Partei. So, die Partei ist klar, kann man nicht wählen, weil die ist ja für den freien Schaum bei Bier, Reinheitsgrad mehr Schaum statt Bier. Ihr wisst schon, also die Partei ist eine Klamotte, wer die Partei wählt oder für die Partei ist, der will halt ein bisschen politische Klamotte, politische Satire, will also nichts in der Bildung der Politik mitwirken. Die Piraten, die wollten es, aber die Piraten kennt auch keiner mehr, das ist alles Schnee von gestern. So, die AfD hat 7 Stimmen, glaube ich, mehr bekommen, als sie hätte haben dürfen oder wollen oder keine Ahnung, sind jetzt auch ein bisschen echauffiert, finden das super toll. Also worauf will ich jetzt ganz hinaus? Ich war wie gesagt in Berlin, das war super kalt und politisch wollte ich gar nicht wehren, aber als Medienkanzler muss ich heute mal politisch wehren, indem nochmal wiederholt wird, dass der Herr Steinmeier bestätigt wurde und nicht gewählt wurde. Könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt, aber ist so. Weil, auch wenn man so die Herrschaften da gehört hat, die sagten schon, man solle das wirklich dem Volk mal überlassen. Gut, Weimarer Republik ist alles so eine Sache, aber irgendwie sollte der Bürger doch das Recht bekommen, ich bin auch nur einer von über 80 Millionen. Also ich habe eine Stimme und bin eine Person von 80 Millionen, die hier so rumlaufen. Es sind sehr viele Mehrsprachige, also hier haben wir schon weit über 40 Prozent Mehrsprachige. Und in einem Haus, das war irgendwie ein normales Haus, da liegen jetzt mehr Schuhe draußen rum, um das mal gesagt zu haben. Also eine andere Fakultät rückt immer näher und bringt uns weg. Warum die das so wollen, wissen wir nicht. Ich auch nicht. Ich weiß das auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur persönlich, weil ich es recherchiert habe. Euer Medienkanzler kann nur sagen, Frau Merkel hat uns im Jahr 2015 verkauft. Ja, das war totaler Rechtsbruch. Es war Rechtsbruch. Geht kein Weg dran vorbei. 2015 mit der Öffnung der Grenzen. Rechtsbruch. Geht kein Weg dran vorbei. Frau Angela Merkel wird diesbezüglich nicht zur Verantwortung gezogen. Liegt an euch. Jetzt hier im September 2017 eine richtige Wahl. Also richtig zu wählen unter uns. Die Wahl heute war ja auch so eine Bestätigung. Und wenn wir zur Urne gehen, bestätigen wir an sich auch das, was schon ist. Weil irgendwas Neues kommt nicht. Also auf die AfD würde ich jetzt nicht hoffen. Ist jetzt auch nicht meine Fakultät. Wie gesagt, ich überlege mir als eine Stimme von überall, 80 Millionen, doch mal komplett was anderes zu wählen. Gar nicht wählen ist auch eine Wahl. Eine Wahl ungültig machen. Über 100. Über 100 Personen haben ihre Wahl ungültig erklärt. Ungültig. Also ist schon mal gar nicht so mal verkehrt. Ja noch ein bisschen da die 10, 10 Stimmen da und da 25, da 45 und da 138. Nun ja. Aber 100 Stimmen. 100 Stimmen haben gesagt, ne vielleicht waren das ja alles die sogenannten Schauspieler. Vielleicht waren das sogar Happe, Kerkeling und Co. hat gesagt, ne ist nicht. Ne ich geh lieber ins Klo. Ja. Kann sein. Wer weiß. Warum mache ich heute diesen Videobeitrag? Diesen Videobeitrag mache ich, weil ich wie gesagt insolviert. Weil ich wirklich dabei war. Weil ich wirklich einer der Ausrichter da mit war. Spielfilm. Spielfilm. Ja. Spielfilm. Also mein Name. Spielfilm. Bund Deutscher Filmemacher. Ja. Berlinale. Gut. Wie gesagt war nicht da mit Kamera. Einige andere waren mit Kamera da. Haben gefilmt. Vielleicht sieht man mich ja dann irgendwie irgendwo. Aber ich war so kalt. Ich hatte wirklich keine Interesse mich jetzt so zu entkleiden wie jetzt hier. Deswegen war ich sowas von vermummt und eingemummelt. Wir hatten auch Schneefall und all so ein Quatsch. Heute ging es. Heute war kein Schneefall. Heute war aber super kalt. 2 Grad minus. Geh fast in Berlin. Ich komme hier gerade hinten hier in Nordrhein-Westfalen. Gerade hier im Studio. Hier in der Staros Lounge. Wetter super. Ja. Licht am Leuchten. Also die Sonne strahlt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und hat mir gesagt. Komm. Mach mal den Medienkanzler. Also heute den Medienkanzler hat nichts mit Staros zu tun. Kein Staros Lounge. Sondern den Imperator. Man kann natürlich sagen. Der Imperator Steinbrück ist jetzt da. Ich habe mir also das Facebook von oben bis unten. Ich habe mir ARD, CD. Ach wie. Die liefen ja alle so. An angehört und geschickt. Also wirklich. Ich habe. Also. Ich stelle wirklich auch fest. Die Verrohrung. Die Vereinsammung. Und das Ja sagen. Nimmt rasant zu. Ich weiß nicht. Ob Deutschland ein Land der Begriffen wird. Der Irren. Äh. Keine Ahnung. Oder so eine Isolationsgemeinschaft aufmacht. Ich. Nur ich. Und nur ich. 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 Ja. Ist. Also. Ist. Der Schmerz. Äh. Also. Also. Ein Herr Steinmeier wurde bestätigt. Der wurde nicht gewählt. Keiner sagt was. Keiner sagt zwar. Nur dummes Zeug. Dann. Ähm. Das Fernsehen wird privatisiert. Das Fernsehen muss bezahlt werden. Das Fernsehen wird abgeschafft. Die Freiheit des Fernsehens wird abgeschafft. Bis 2022 muss man wirklich für jeden. Für alles. Wenn man was sehen möchte. Muss man zahlen. Und das stößt mich ein bisschen auf. Das macht mich ein bisschen säuerlich. Weil die Freiheit die ich kenne. Ja. Ich kenne die Freiheit nach 45 aufwärts. Die Freiheit. Ja. Die große Freiheit die ich persönlich auch genossen. Egal wo ich war. Ich war gerade auch noch ein Abstecher im Altenheim. Das mache ich immer so am Wochenende. Da frage ich mich auch. Die alten Leute die gar nichts mehr mitbekommen. Die auch die Wahlen nicht mitbekommen haben. Die sich dafür gar gar nicht interessiert. Die halten auch kein Fernsehen an. Aber wie gesagt. Die können ja auch bald kein Fernsehen gucken. Weil. Wer hilft ihnen denn? Irgendein Angehöriger muss tief in die Tasche greifen. Damit so eine ältere Person in seinem Zimmer dann wieder Fernsehen kann. Ja. Im Moment können sie noch Fernsehen. Weil ja noch alles normal ist. Die Freiheit ist halt noch da. Am 29. März 2017 wird uns diese Freiheit genommen. Ihr habt so entschieden. Ihr kauft euch neuen Fernseher. Ihr seid ja alle so reich. Ich bin nur einer von 80 Millionen. Weit über 80 Millionen. Und denkt drüber nach. Ich denke wirklich drüber nach. Vor laufender Kamera soll das Freiheit sein. Freiheit. Die Freiheit haben wir gerade gar nicht mehr. Weil das große Brago da. Der große Matsch. CSU, CSU, SPD. Matsch. Ja. Grüne. Matsch. Das ist ein Matsch. Politik sieht anders aus. Wenn einer sagt. Erst wir. Dann die anderen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Wir. Wir müssen wieder ein Wir-Gefühl. Ja. Wir müssen wieder wir sagen. Wir müssen wir sagen. Erst wir. Dann die anderen. Wir müssen auch auf uns schauen. Ne. Mögen wir den Entzug von Freiheit. Wir singen. Einigkeit, Recht und Freiheit. Wird gesungen. Wurr. Ne. Ja. Und wo ist denn die Freiheit? Einigkeit, Recht? Ja. Aber Freiheit? Freiheit? Freiheit. Freiheit des Wortes soll jetzt Herr Steinbrück haben. Freiheit lauter. Und Herr Mayer. Also Herr Steinmeier soll zum Schluss das letzte Wort haben. Ja. Und dabei hat er gar keine Worte. Ich meine er bekommt jetzt mal eben so. Er ist ja gewählt ab heute. Ähm. 220.000 im Jahr. Und er ist jetzt kein Neid. Um Gottes Willen soll er haben. Er ist ja schon Geld genug. Ist ja okay. Äh. Es geht ja gar nicht um. Aber doch. Es geht schon um Wirtschaftlichkeit. Die Freiheit bedeutet. Die Freiheit bedeutet wirtschaftlich zu sein. Die Freiheit bedeutet in dieser Wirtschaft frei zu sein. Frei zu entscheiden. Und der Medienkanzler geht auch kaum noch in irgendeinen Einzelhandel. Ähm. Er ist auch kaum noch unterwegs in irgendeinem Geschäft. Ja. Auch in Berlin. Okay. War jetzt Wochenende. Ähm. Trotzdem. Die Geschäfte da wo ich hätte rein wollen. Die haben sogar bis Montag zu. Ich wollte hier. Äh. Meinem Kollegen der Sideshow verkauft. Wollte ich mal gucken. Das ist an der Kölner Straße. Ist so ein kleines Geschäft da. Und äh. Hatte aber leider auch zu. Ja. Äh. Wie gesagt. So viel Zeit habe ich ja auch nicht. Ähm. Dass ich jetzt wie gesagt da war. Freut mich. Dass ich noch einmal Spiel, Film erleben durfte. Als Ausrichterteam. Ja. In einem Team. Ausrichterteam. Und äh. Bevor ich ihm mal was sage. Zeige ich das immer. Ausrichterteam. So. Bin ich wahr. Ähm. Also heute ist mir vieles klar geworden. Also Demokratie sieht in meinen anderen, also in meinen Augen, also in meinen Augen, also in meinen Augen, wie nur einer von 80 Millionen, anders aus. Freiheit sieht für mich anders aus. Einig kein Recht. Sind alle, sind alle sich einig im Recht. Aber keiner will mehr Freiheit. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich wünsche mir die Freiheit zurück. Freiheit der Sätze. Freiheit des Wortes. Und Freiheit da, wo ich bin, zu sehen, zu hören und zu genießen. Und nicht bezahlen zu müssen. Für sehen, hören und genießen. Gut. Ich persönlich, also euer Medienkanzler persönlich schaut leider die anderen an sich nicht. Durch Zufall, weil er noch frei ist, konnte man das noch sehen. Es war natürlich nicht in HD. Ist klar. War normal. War auch ausreichend. Das, was gesehen werden konnte. Und hat auch gereicht während der Arbeit, die man da verrichtet hat. Ähm. Aber, wenn man so in Berlin ist, fängt man an zu grübeln. Gott sei Dank habe ich mit Berlin nichts am Mut. Ja. Ähm. Berlin. Ich habe auch viel getextet noch so zwischendurch bei Facebook. Erstmal, die in Bayern. Die haben es gut. Die haben CSU. Da wurde immer gewählt. Jetzt ist da natürlich auch die andere Fakultät mit eigen. Und machen da ein bisschen kein Darum. Aber Bayern ist halt Bayern. Bayern ist Seehofer. Seehofer ist Bayern. Und wenn man so die Herrschaften da mal reden hört, muss man auch innerlich schmunzeln. Weil wir werden ja verpönt. Ja. Hannelore Kraft. NRW. Äh. Und ich bin einer davon. Also einer von insgesamt 80 Millionen, die in Deutschland verweilen. Und komme ausgerechnet aus Nordrhein-Westfalen. Aus dem Ruhrpott. Ja. Ist noch schlimmer. Ruhrgebiet. Ist noch schlimmer. Aus dem Herzstück. Ist ja auch ganz schlimm. Ja. Wir waren Herzstück 1945. 1945 war hier Herzstück. Herzstück Deutschland. Stahl. Eisen. Ja. Hier war was. Hier ging es ab. Ja. Und heute. Heute. Keine Ahnung. Da frage ich mal. Irgendwann werde ich Frau Hannelore Kraft fragen. Wie sie überhaupt Nordrhein-Westfalen sieht. Wie sie überhaupt die Stadt Essen sieht. Die Kulturhauptstadt 2010. Wie sie das Gebiet überhaupt sieht. Ruhrpott. Ruhrgebiet. Die Ruhr. An der Ruhr. Am Ballenai See. Boah. Meine lieben Freunde. Wenn man da so ein Mitkriegt. Wenn man sieht, wie eine Person bestätigt wurde. Die von vorn nach rein. Äh. Schon aufgestellt. Also an sich war das eine Farce heute. Das war an sich Vergeudung von Ressourcen. Vergeudung von Geld. Die ARD, wie sie alle geheißen haben mit ihrem Mikrofon. Waren da am rumwürgen. Da irgendwas. Irgendeine Show. Eine Show. Richtig. Politik ist eine Show. Politiker sind Showstars. Ähm. Die da irgendwie lenken. Und in Wirklichkeit gar nichts machen. Weil die Gesetze des alten Fritz. Die sind auch schon 300 Jahre. Deutschland ist 1100 Jahre. Das Römische Reich. Etc. P.P. Also die Vergangenheit. Die Weimarer Republik ist auch Vergangenheit. Aber trotzdem. Wir sollten doch zurück. Also die Weimarer Republik ist zwar ein bisschen verpönt. 1917. Also wir haben nicht 1917. Wir haben 2017. So. Und wir gehen mal drüber nachdenken. Der 12. Februar hat immer so einen Stich da. Der 12.2. Da ist immer was. Da ist immer was los. Also noch einmal. Wählt. Richtig. Denkt aber auch bitte mal drüber nach. Denkt mal über eure Freiheit nach. Freiheit. Die Freiheit. Die euch genommen wird. Einigkeit. Recht. Bleibt. Ja. Wir sind einig. Dass wir Recht haben. Ja. Aber. Wir sind eigentlich. Auch nicht mehr im Recht. Dass wir frei sind. Wir haben keine Freiheit mehr. Wir haben keine Freiheit mehr. Wir leben in einem sehr leise Diktat. Ja. Man sagt uns. Wo es lang geht. Und wer nicht da lang geht. Er hat zwar das Recht. Ja. Nicht da lang zu gehen. Aber er bekommt so ein bisschen durch die Agenda 2010 zu spüren. Weil er an alle die jetzt. Also an alle denen es jetzt richtig gut geht. Richtig gut geht. Sie werden es vielleicht merken ab 1. April. Also am 29. März. Vielleicht da noch nicht. Aber einige schon. Wenn es heiß ist. Es ist dunkel. Es geht gar nichts mehr. Nö. Man muss. Ja. Was Neues kaufen. Man ist gezwungen. Was Neues zu kaufen. Dabei ist das alte. Das DVB-T zum Beispiel. Gar nicht so alt. Das ist auch gar nicht so alt. Vor kurzem erst gekauft. Ja. Und das schmeißt man jetzt schon weg. Wir produzieren sehr viel Müll. Für die Wirtschaft. Also eigentlich im Recht. Dass die reich. Noch reicher werden. Ja. Wir haben eine Billion Ausfuhr. Eine Billion Ausfuhr. Meine lieben Freunde. Ja. Und fragt mal. Wer diese Billion bekommt. Ja. In der Ausfuhr. Aber im Inland. Kommt nichts rein. Da kommt nichts rein. Ja. Ich würde da schwer mal drüber nachdenken. Gestern kam noch ein Glas Gurken. Sag ich jetzt mal. 1,99. Ich habe heute mal nachgeguckt. Kostet es 2 Euro. 1,99 Euro. Kopfsalat von 79 Cent. Kostet plötzlich 2,99 Euro. Ich würde mal schwer drüber nachdenken. Auch ein Glas Nutella ist ziemlich teuer geworden. 1,9 Prozent Inflation. 1,9 Prozent draufgehauen. Ist schon eine Menge. Wenn man sieht. Dass gestern etwas 1 Euro weniger kam. Kostet heute 1 Euro mehr. Ja. Ich weiß. Ihr wisst alles. Komisch. Ihr wisst alles. Ihr könnt alles. Aber ihr tut nichts. Ihr lasst euch die Freiheit nehmen. Die große Freiheit. Hans Albers. Ja. Die große Freiheit. Nummer 7. Die hat nicht nur in Hamburg stattgefunden. Die große Freiheit. Die große Freiheit hat überall. Die große Freiheit hat überall. Die große Freiheit hat überall Bestand. Frei sein in seinem Gedankengut. Frei sein in seinem Handeln. Frei sein. Tun und lassen dürfen, was man darf. Im Rahmen der Einigkeit des Gesetzes. Also die Einigkeit im Recht. Das tun zu dürfen. Die große Freiheit. Die große Freiheit. Die große Freiheit. Lasst sie euch bitte nicht nehmen. Denkt bitte darüber nach. Ob der den ersten Schritt wirklich genehmigt. Dass das Fernsehen bezahlt werden muss. Egal. Und das bis zum Schluss 2022. 2022. Ab 2023. Muss alles bezahlt werden. Alles. Bis dahin. Könnte es sein. Dass ein Kopfsalat dann nicht mehr 2,99. Sondern 5,99 kostet. Sogar. Eine Nutte auf dem Teller. Ne. Nutella. Könnte dann sein. Dass es 6 Euro kostet. So ein Glas. Wollt ihr das? Und wollt ihr das? Wollt ihr eure Freiheit aufgeben? Das ist jetzt die Frage. Die gestellt wird. Von eurer Medienkanzler. Macht's gut. Ich häng mich weg. Berlinale. Steinmeier. 12. 2. 2017. Bild rief. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020